So, dann bereit für das nächste Versagen. Oh, ich bin schon da. Und du? Ja, ich auch. Natürlich. Es ändert aber nichts daran, dass wir uns jetzt eine Minute lang schlagen können. Oder wir gehen hier mal ein bisschen hoch. Okay, dann versuche ich das auch mal, was der Typ gemacht hat. Das ist ja nett hier oben. Ja, ne? Juhu, abgestürzt. Yay, ich auch. Volle ist Wund aufs Maul. Und du auch. Und du auch. Und ihr alle. Ihr alle. Ich werde euch während der Runde alle überleben. Alle, die ihr hier seid, werde ich überleben. Und dann werde ich ein Hygienchen essen. Sag mal, was träumst du denn eigentlich? Und die Sonnenfinsternis und der Mond. Ja, genau. Ja, okay. Äh, da. Achso, du hast schon was markiert. Ja, mach dir. Joa, es klappt hervorragend. Ja, ich glaube auch. Wir kommen vom Süden rein. Komm schön, vom Süden rein. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Aber da werden wir auch nicht alleine sein, denke ich. Aber ist ja schön, da brauchen wir mal ein bisschen, ne? Ja, wir müssen ja unser Aiming, äh, mal verbessern. Action Jacks. Also, ich meine, im, äh, durch die Gegend laufen und sich Landschaft bewundern, sind wir schon ganz gut. Aber, äh... Ops, sorry. Falsche Tasse gedrückt. Ich bin schon ausgestiegen. Sorry. Ach, wo bist du denn? So ein Mist. Wo, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach ja. Am besten erstmal runter. Hier, gehen wir hier vorne in die da. In die roten. In die roten, ja, das ist ne gute Idee. Ja, ja. Joa, aus der Not ne Tugend machen, ne? Du sagst es. Welche Tasse hast du gedrückt? Ja, da ist einer. Da ist einer. Das macht nichts. Das ist aber nur einer, ne? Ja, vielleicht hat er auch die falsche Tasse gedrückt. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. So trottelig wie ich, so quasi. Pass auf, der wird schon eine Waffe haben. Bin ich mehr fast sicher. Ich bin schon im Haus. Ich auch. Waffe gleich null bis jetzt. Pistole. Schrotflinte, Handgranate. Jetzt kommt er hier natürlich nicht rein. Wird uns ja auch gesehen haben, vermutlich. Acht-Punkt-Visier. Ach du Scheiße. Ich weiß, wo der ist. Ja, ich... Und wo? Hier, in dem roten Haus. Auf 3,30. Okay, ich habe jetzt auch was, wo ich mein Acht-Punkt-Visier drauf tun könnte. In der ersten Etage oben. Kann ich nicht. Warum passt denn das da nicht drauf? Dafür passt ein Rot-Punkt-Visier drauf. Oh, komm schnell hoch, dann kannst du ihn abballern. Da geht mich jetzt gerade die Treppe wieder runter, denke ich. Ah, jetzt ist er... Oh, oh. Ja, er ist unten. Er macht gleich die Tür auf. Ja, aber wo? Du musst zu mir kommen. Ja, da komme ich aber so schnell nicht hin. Okay. Warte, ich bin hier auf dem... Hab ich ihn erwischt? Natürlich nicht. Oh, shit. Ich habe ihn gesehen, wie er lag. Und dann hat er mich auch vorher erwischt und getötet. Ja, pass auf, der läuft da immer noch lang. Gib ihm den Rest. Doch. Aber ich habe ihn auch noch getötet. Ja, aber der ist getötet, ne? Ja, gut, aber er hat das nicht gezählt. Ich glaube, die können wir streichen, die Runde. Grün. Grün. Und warum? Weil ich zu doof bin, F zu drücken. Ich glaube auch. So, warst du jetzt die Entscheidung? Warte, ich gucke mir noch die Killcam an. Ja, der hat sich geschickterweise aus allem rausgehalten. Ja, gut gemacht. Dann hab ich den erwischt. Und, ja. Und dann kam der andere um die Ecke. Dann kam der andere um die Ecke, genau. So ist es nun mal.